Oh, was ist der Heckfurt? Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh, schön, dass Sie noch daran gedacht haben. So ein Handel kannst du noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurt's Büro natürlich. Was hast du denn dabei verloren, Atze? Du bist so mieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hört mich zu.